Hi, mein Name ist von Sartscher. Ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus Neusitz bei Hohenburg auf der Tauber. Also angefangen habe ich mit zehn, halb Jahren in Hohenburg auf der Tauber und habe da für meine Jugend hier einfach gespielt und wollte eigentlich schon meinen Basketball aufhören und habe dann Anspar angefangen. Das macht einfach Spaß. Also mein Hobby ist auch immer Peachvolleyball. Das spiele ich einfach im Sommer ganz gerne. Auch mit Freunden. Da unterkommt auch der Darm-Tropierler. Also ich bin eher so ein bisschen zurückhaltender Spieler. Also ein Mensch einfach an sich. Und so bin ich auch am Feld. Mein Lebensmotto. Also investiere so viel, wie es halt gerade nötig ist. Also nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Hi Paul. Hi. Superman oder Batman? Ähm, Batman. Verzügt auf jeden Fall. Singen oder Tanzen? Ah, Tanzen. Sag uns deinen kurzen Move. Meinen kurzen Move? Ja. Wie geht das Geräusch vor dem du dich richtig ekelst? Ähm, beim Fingernägel über die Tafel ziehen. Mach das mal vor. Ähm, wie kann ich das hier machen? Was ist das schlimmste Kompliment, das man dir machen kann? Das schlimmste Kompliment? Äh, du siehst gut aus. Keine Ahnung. Wobei würdest du dich nie selbst filmen? Ähm, beim Tufel. Was denkst du, wenn du dich im Spiegel siehst? Du siehst gut aus. Verrate uns dein Schönheitsgehaltes. Äh, tiefschlafen auf jeden Fall. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.